Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier werde ich dir alles rund um den Diamond Casino Raubüberfall erklären in GTA Online. Dieser Raub ist meiner Meinung nach die beste Möglichkeit in GTA Online in kürzester Zeit viel Geld zu verdienen und das langfristig. Der Raub ist allerdings auch sehr vielseitig, was erstmal grundsätzlich positiv ist. Allerdings kann man dadurch auch viel falsch machen, gerade auch in der Vorbereitung, in den Voraussetzungen. Deshalb möchte ich dir alles ganz genau erklären und zwar habe ich dieses Thema in drei unterschiedliche Teile eingeteilt. Der erste Teil, die Voraussetzungen in diesem Video, welche Voraussetzungen musst du erfüllen, welche solltest du zusätzlich noch erfüllen und dann werden wir das Casino ausspähen und eine Herangehensweise wählen. Dann im zweiten Teil, in den folgenden Videos, erkläre ich dir, wie man den Raubüberfall vorbereitet und was dabei zu beachten ist und im dritten Teil, was dich wahrscheinlich am meisten auch interessiert, wie man den Casino Raub letztendlich denn spielt und was natürlich auch dabei zu beachten ist. Als erstes musst du dich mit Lester im Park treffen und zwar, ich glaube hier, da ist dann ein grünes L, da triffst du dich mit Lester, sprichst über den Casino Raubüberfall und dann sagt dir Lester, dass du eine Spielhalle kaufen sollst und genau das machst du dann auch und tu dir bitte den Gefallen und kauf nicht die Spielhalle oben in Palito Bay, das ist die billigste, aber hier sollte man nicht sparen, denn du hast im Endeffekt nichts davon. Du musst jedes Mal in die Stadt runterfahren für die Vorbereitungsmissionen und auch für den Casino Raub. Das nimmt extrem viel Zeit in Anspruch. Die beste Spielhalle ist diese hier, die 8-Bit Arcade für 2,5 Millionen Dollar, ist aber auch die teuerste. Wenn du nicht ganz so viel Geld ausgeben möchtest, dann kann ich dir hier die Spielhalle empfehlen. Das ist die Video Gather Spielhalle, ist immer noch sehr zentral zu den Vorbereitungsmissionen und natürlich auch zum Casino, haben auch die meisten Spieler aus gutem Grund. Und vom Preis-Leistungs-Verhältnis her, wie gesagt, die beste Spielhalle, die kostet ca. 1,9 Millionen Dollar, meine ich. Ich habe die hier auch auf dem Charakter, also eine von den beiden würde ich dir empfehlen. Dann hast du im Prinzip auch schon alle Voraussetzungen erfüllt, um den Casino Raub überhaupt starten zu können. Allerdings musst du die Vorbereitungsmissionen machen und die nehmen einiges an Zeit und Anspruch, wenn du kein vernünftiges Fortbewegungsmittel hast. Deshalb wichtig, ein vernünftiges Fortbewegungsmittel und das ist, hier kann ich dir empfehlen, wenn du auch wieder Low-Budget unterwegs sein möchtest, bzw. als Anfänger, ich weiß, sind auch 1,75 Millionen Dollar eine Menge Geld. Aber es ist im Vergleich immer noch die günstige Variante der Buzzard Kampf-Heli. Denn der hat einen riesengroßen Vorteil gegenüber anderen Luftfahrzeugen. Denn wenn du als CEO, wenn du im CEO registriert bist oder im VIP unter CEO Fahrzeuge im Interaktionsmenü, kannst du den Buzzard, wenn du ihn gekauft hast, gratis anfordern und der spawnt dann direkt neben dir. Also, beziehungsweise vielleicht hier einen Block weiter wie jetzt. Da ist er. Geht ganz schnell. Riesenvorteil gegenüber anderen Luftfahrzeugen. Damit bist du extrem mobil, hat auch entsprechende Bewaffnung. Eine weitere Alternative, bzw. nicht eine Alternative, wenn du etwas mehr Budget hast, kannst du auch ein Oppressor MK2 kaufen. Gibt es auf Wordstock für, ich glaube, 3 Millionen Dollar. Dafür brauchst du allerdings vorher einen Nachtclub und einen Terabyte, denn sonst kannst du da keine Lenkraketen dran bauen. Und dann bringt er dir eigentlich recht wenig. Damit bist du noch ein bisschen mobiler. Kostet aber mit Nachtclub, Terabyte und das Ding an sich extrem viel Geld. Also, der Buzzard, wenn du nicht so viel Geld hast, ist da auf jeden Fall die bessere Alternative. Beim Oppressor auch ein Riesenvorteil. Wenn du als Mac-President registriert bist, kannst du auch das Oppressor-Bike direkt neben dir spawnen lassen. Übers Interaktionsmenü, genau wie den Buzzard im CEO. Und du kannst ihn aber auch, wenn du kein Motorrad-Clubhaus hast, kannst du das Oppressor-Bike auch über den Mechaniker als persönliches Fahrzeug anfordern. Denn das zählt als persönliches Fahrzeug und kannst du in jede Garage stellen. Zum Oppressor MK2 noch ein gut gemeinter Tipp. Nutze es nicht so sehr im PvP. Es wird nicht umsonst das Noob-Bike genannt. Es erfordert einfach nicht viel Skill und wenn jemand in der Lobby als Beispiel mit einer Seabreeze oder so versucht, ein paar Bomben-Kills zu machen und du sitzt gerade auf deinem Oppressor, dann lass ihn einfach in Ruhe. Für PvE ist es allerdings ein super Fahrzeug bzw. ja, schon Luftfahrzeug. Du bist damit einfach sehr mobil und kannst die Mission schnell abschließen. Als nächstes gehst du dann in deine Spielhalle und gehst hier an diese linke der drei Tafeln ran. Die ist wahrscheinlich dann am Anfang bei dir noch völlig weiß. Und startest die erste Mission. Das ist Casino Ausspähen. Du spähst also das Casino aus. Ich kann die jetzt hier nicht mehr starten, weil ich das schon getan habe. Ich werde das aber trotzdem simulieren. Startest also die Mission und spawnst dann außerhalb der Spielhalle. Dann begibst du dich zum Casino und musst, glaube ich, den Haupteingang fotografieren. Das wird dir dann in der Mission alles erklärt. Und hier hinten den Personaleingang fotografieren. Du steigst also von deinem Fahrzeug ab, machst ein Foto hier von diesem Eingang und kannst es dann an Lester schicken. Da steht dann Viereck an Lester schicken. Und dann wird da stehen, dass du entweder das Gebiet verlassen kannst oder das Casino noch weiter ausspähen. Und jetzt spähe das Casino weiter aus, denn es gibt noch mindestens zwei Eingänge, die sehr wichtig sind. Das ist zum einen hier unten für den Riesenschwindelraub. Hier von diesem Tor ein Foto machen und ein Lester schicken. Und genau, den Personalraum hast du ja schon fotografiert. Der ist für still und leise wichtig. Und wenn du einen Aggressivraub spielen möchtest, musst du hier unten in die Kanalisation und ein Foto hier von diesem Gitter machen und das dann auch an Lester schicken. Denn dieser Eingang ist wichtig für einen Aggressivraub. Das sind auch im Prinzip schon die wichtigsten Zugänge zum Casino. Du kannst das der Vollständigkeit halber trotzdem auch noch weiter ausspähen. Ich fliege mal ganz grob die Eingänge alle ab. Es gibt hier hinten noch die Müllentsorgung. Das ist hier. Da kannst du ein Foto von machen. Im Prinzip kannst du überall ein Foto machen, wo diese Sicherheitstür ist, also dieser Sicherheitskasten. Denn das sind dann in der Regel auch die Zugänge. Hier ist noch eine Tür, hier oben. Da seht ihr auch dieses kleine Sicherheitsdingen. Darf ein Foto machen. Bin ich aber auch noch nie reingegangen. Genauso hier kann man auch ein Foto machen. Das ist auch ein Zugang. Bin ich auch noch nie reingegangen. Hier ist ganz interessant für die Hoteletage. Hier ein Foto zu machen, bin ich schon häufiger rein. Ist ganz witzig. Und ich glaube, hier ist dann noch ein Eingang. Genau. Und dann am Dach, auf dem Dach oben, sind auch noch zwei Zugänge hier in dieser Bucht. Und hier hinten auch, glaube ich. Muss mal gucken. Überall, wo die es ist, da ist auch noch so eine Tür. Und dann kannst du das Gebiet verlassen. Wieder in deiner Spielhalle angekommen, musst du jetzt den Tresorrauminhalt ausspähen. Das ist die Mission direkt darunter. Die startest du, schließt die Mission ab und dann siehst du hier das Ziel. Das sind Kunstwerke, Gold, Bargeld oder manchmal auch Diamanten. Da hast du keinen Einfluss drauf. Das ist völlig random. Der nächste wichtige Schritt ist, dass du deine Herangehensweise wählst. Es gibt Aggressiv, Riesenschwindel und still und leise. Grundsätzlich würde ich dir empfehlen, mindestens einmal jede Herangehensweise gespielt zu haben. Denn es gibt auch einen kleinen Bonus. Ich glaube, von 250.000 Dollar, wenn du jede einmal gespielt hast. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, wie hoch der ist. Und dann langfristig gesehen wähle am besten zwischen zwei Herangehensweisen, die du dann immer wieder abwechselnd spielst. Denn wenn du beginnst, das erste Mal ist der Raub automatisch auf leicht. Das kannst du nicht einstellen. Wenn du dann den zweiten Raub spielst, kannst du den Raub, den du vorher gespielt hast, also die Herangehensweise, nicht nochmal spielen. Deshalb ist hier auch ein Schloss bei still und leise, weil das mein letzter Raub war. Den Raub, den du davor gespielt hast, den kannst du zwar spielen, der ist aber jetzt auf schwer. Da ist dieser Totenkopf drauf jetzt bei Riesenschwindel. Und das ist gut, denn der ist zwar schwer. Das heißt, du hast kein Teamleben und du musst ein bisschen mehr hacken. Aber grundsätzlich kriegst du auch mehr Geld. Und das ist genau das, was wir wollen. Deshalb switch immer zwischen zwei Herangehensweisen am besten, damit du immer einen schweren Raub hast. Bei mir ist es jetzt still und leise und Riesenschwindel. Das würde ich dir auch grundsätzlich empfehlen. Ich habe aggressiv schon sehr lange nicht mehr gespielt, aus zwei Gründen. Der eine, wenn ich Bock auf Ballerei habe, dann spiele ich PvP. Im PvE bin ich immer gerne sneaky unterwegs. Und der zweite Grund, es gibt in aggressiv eben auch nicht so viel Geld zu holen, denn du löst direkt Alarm aus und jedes Mal, wenn du angeschossen wirst, verlierst du ein bisschen Geld. Deshalb ist der nicht so lukrativ. Wähl also zwischen still und leise und Riesenschwindel und wechsel dann am besten dort immer ab. So viel sei zu den Herangehensweisen gesagt. Was ist zu dieser Tafel hier noch zu sagen? Hier siehst du deine ausgespähten Zugangspunkte, die du in der Aussperrmission gemacht hast. Hier gibt es noch Orte von Interesse. Du kannst noch andere Fotos machen von Kameras, irgendwelchen Sicherheitsleuten. Die werden dann hier angezeigt, die Orte von Interesse. Und dann gibt es hier noch Extras. Die sind relativ teuer, sind auch grundsätzlich eher unnötig. Ich habe sie jetzt mal hier alle gekauft. Kurz erklärt, das Casino-Modell ist auch unnötig. Du hast dann hier eben so ein Casino-Modell stehen. Gut, macht optisch vielleicht was her. Und hier sind alle Zugangspunkte vom Casino mit blauen Pinöseln gekennzeichnet. Das ist auch schon alles, was dieses Modell kann. Mehr kannst du damit nicht machen. Und da du ja schon ausgespäht hast, bringt dir das im Prinzip auch nicht mehr viel. Die Sicherheitstür darunter, das ist das Einzige, wo ich sagen würde, okay, das kann Sinn machen, sich zu kaufen, gerade am Anfang. Denn damit kannst du das Hacken üben. Die ist dann hier hinten, jetzt bei mir nicht zugänglich, weil ich noch nicht das Hackergerät geholt habe. Das könnte aber Sinn machen, denn du brauchst auf jeden Fall in jedem Raub einen Hacker, der wirklich, wirklich, wirklich richtig gut hacken kann. Das muss aber nur einer sein. Also wenn du zu dritt oder zu viert oder zu zweit den Raub spielst, dann muss nur einer hacken können. Das reicht völlig aus. Aber einer sollte auf jeden Fall hacken können. Und das kannst du damit üben. Das dritte hier ist die Tresorraumtür. Die ist auch völlig unnötig. Die kannst du auch nur kaufen, wenn du ein Casino-Penthouse besitzt und bei Miss Baker im Büro die Pläne auf ihrem Schreibtisch fotografierst. Dann kannst du das hier kaufen und kannst das Bohren üben. Das Bohren ist aber so einfach, dass es Quatsch ist, sich das hier zu kaufen. Denn das muss man nicht üben. Das war es im Prinzip auch schon mit diesem Video. Die Voraussetzungen und ersten Schritte habe ich dir gezeigt. Im nächsten Video geht es dann darum, wie bereitest du einen Casinoraub vernünftig vor mit der entsprechenden Herangehensweise und danach in weiteren Videos dann, wie gesagt, der Raubüberfall an sich.